Herzlich Willkommen, Freunde, zum Teil 21 unserer neuen Filmstaffel. Im Teil 21 geht es um die Braunsche Röhre und natürlich dessen Erfinder, nämlich den Karl Ferdinand Braun, der im 18. Jahrhundert, genauer 1897, diese berühmte Röhre entwickelt hatte, die wir hier im Bild jetzt quasi in einer neueren Variante schon sehen. Es wird sicherlich mal wieder sehr spannend. Bleibt dran, auf Los geht's los. Eine ganz, ganz frühe Braunsche Röhre seht ihr nun hier im Bild. Es ist also schon etwas, was sozusagen die Jahrzehnte überlebt hat. Fangen wir mal systematisch an. Hier ganz links beginnt, sehen wir zunächst einmal eine Kaltkathode, die also in diesem Fall nicht beheizt wurde, sondern im kalten Zustand betrieben wurde. Es ist eine kleine Platte dort zu sehen und mit einer sehr hohen Spannung zwischen dieser Kathode und der hier angebrachten Anode, dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen was, konnte man also die freien Elektronen aus dieser Kathode herauslösen und in Richtung dieses Leuchtschirms dann hier schließlich beschleunigen. Hier unten an der Kaltkathode, die also wie vorhin schon gesagt nicht beheizt wurde, finden wir auch den Vakuumnippel. Ich habe ihn hier mal ein bisschen größer versucht darzustellen. Über diesen Vakuumnippel erzeugte man das Vakuum mit einer Vakuumpumpe, so weit wie eben ein Vakuum zu damaligen Zeit, im späten 18. Jahrhundert, halt realisierbar war. Also der Kolben war noch nicht so komplett luftleer, aber schon ganz schön luftleer, so würde ich das heute mal formulieren. Die Anode besteht aus einem kleinen Metallzylinder, der in der Mitte, ich hoffe man kann es sehen und die Kamera fängt das einigermaßen ein, ein Loch besitzt. Und der Kathodenstrahl sollte jetzt durch dieses Loch hindurch schließlich dann auf die fluoreszierende Beschichtung hier im Frontbereich der Röhre natürlich dann auftreffen und diese luminisierende Schicht auch zum Leuchten bringen. Das Ergebnis vorne auf der fluoreszierenden Schicht dieser Röhre sieht dann so aus. Das müsst ihr euch also so vorstellen, wie ein nicht so richtig klarer, feiner Strahl, sondern eben wie ein Leuchtpunkt in der Form, wie er jetzt hier auf diesem Oszilloskop zu sehen ist. Im nächsten Schritt tauchte jetzt die Frage auf, wie kriegen wir diesen Leuchtpunkt, der natürlich bisher vollkommen in der Mitte landete, wie kriegen wir ihn nach oben und auch nach unten abgelenkt, sodass er auf dem Bildschirm auch was darstellen kann. Das gleiche gilt natürlich für die Ablenkung nach rechts beziehungsweise nach links. Auch das musste man ja irgendwie noch bewerkstelligen und ja, dazu musste man sich ein bisschen was einfallen lassen. Schauen wir mal nach. Die Idee bestand darin, mit einer positiven oder negativen Spannung diesen Elektronenstrahl zu beeinflussen. Denn der Elektronenstrahl, wenn er sich in Richtung des Bildschirms bewegt, ist ja nichts anderes, wie ein strahlfreier, negativ geladener Teilchen. Und mit einer positiven Spannung müssten sich doch die negativen Teilchen ablenken lassen. Und das gleiche natürlich auch mit einer negativen Spannung, denn das stößt ja die Elektronenstrahlen ab. Denn gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Polungen ziehen sich an. Und so kam man auf die Idee, in diesen Glaskolben diese beiden Kupferbleche mit hineinzubasteln, zu bauen. Diese Kupferbleche sind von außen über Anschlüsse natürlich, über den Sockel hier vorne elektrisch beschaltet. Und ich kann über diese hier jetzt zu sehenden zwei Anschlüsse jetzt unterschiedliche Spannungen hier auf diese Kupferbleche geben und damit den Strahl also schon mal vertikal ablenken. Das gleiche muss ich natürlich auch horizontal realisieren können. Und so sehen wir hier im Grunde diese horizontale Ablenkeinheit, also auch zwei Bleche, durch die der Elektronenstrahl im Grunde jetzt herangesaust kommt. Und je nach Polarität dieser Bleche hier, ist jetzt natürlich auch die seitliche Ablenkung dieses Strahls dann schließlich möglich. Und dadurch hatte man im Grunde eine braunsche Röhre, die also in der Lage war, jetzt schon mal nach rechts, nach links, nach oben und nach unten auf einem Bildschirm ablenkbar zu sein. Dieser relativ noch unscharfe Elektronenstrahl, der jetzt diesen Leuchtfleck auf der Frontseite der Röhre produziert, war also jetzt schon nach oben und nach unten, sowie nach rechts und nach links ablenkbar. Das funktionierte schon ganz wunderbar. Aber dieser Strahl musste irgendwie noch schärfer werden, klarer werden. Unsere bisherige Konstruktion sah also, wie in diesem Bild jetzt zu sehen, schon aus. Wir haben auf der einen Seite hier oben im Grunde die Kathode, also den Glühfaden, um freie Elektronen zu erzeugen. Wir haben hier die Anode, um die Elektronen vom Glühfaden in eine Richtung zu bewegen, nämlich in Richtung des Leuchtschirms vorne. Und wir haben diese vier Ablenkplatten, um den Strahl sowohl vertikal wie auch horizontal auf diesem Bildschirm nach rechts, nach links, nach oben und nach unten bewegen zu können. So weit sind wir schon, aber wie wir gerade festgestellt haben, der Strahl ist relativ unscharf. Das heißt, wir müssen noch so ein bisschen was an der Fokussierung tun, denn hier treten natürlich die Elektronen relativ ungeordnet aus und werden im Grunde nur durch diese kleine Lochplatte der Anode ein wenig, sagen wir mal, gebündelt, was aber bei der Strecke, die zurückzulegen ist, nicht dazu führt, dass dieser Strahl jetzt hier besonders scharf erscheint. Die Lösung ist der sogenannte Venelzylinder, den wir hier erkennen. Das heißt, um diese Glühkathode herum bauen wir einfach im Grunde so eine Kapsel, die wir von außen mit einer negativen Spannung beschalten können. Das würde dazu führen, wenn diese Kapsel nur einen Punkt Austritt hat, also eine Lochöffnung hat, dass mit negativer Spannung diese Elektronen beim Austreten aus diesem Venelzylinder ordentlich zusammengedrückt quasi zu einem scharfen Strahl gebündelt werden. Und dann setzen wir erst die Anode ein, das Anodenblech, was dann natürlich immer hoch positiv vorgespannt ist, um die Elektronen hier als Elektronenwolke im Venelzylinder denn überhaupt erst mal in diese Flugrichtung zu zwingen. Und dann sehen wir hier wieder, wie vorhin schon dargestellt, unsere Ablenkplatten oder die Ablenkeinheit, wie sie dann zusammengenannt werden, um eben die horizontale und die vertikale Ablenkung zu realisieren. Die Lösung sehen wir jetzt hier sehr praktisch in dieser Realisierung. Wir sehen einmal hier den Heizdraht, so ein bisschen in hellgrau, ich hoffe, ihr könnt es erkennen an der Spitze von diesem Kugelschreiber. Das ist im Grunde der Heizdraht, also die Kathode. Und um den Heizdraht herum sehen wir jetzt diesen Venelzylinder, der im Grunde von außen beschaltbar durch diesen Kontakt im Grunde jetzt negativ vorgespannt werden kann, um damit durch ein Loch in diesem Zylinder hier vorne die Elektronen sehr gebündelt nach vorne austreten zu lassen. Die Anode, also derjenige, der überhaupt die Elektronen erst mal in diese Flugrichtung zwingt, ist das, was wir hier als Zweites sehen. Das ist die Anode hier vorne. Ja, die also sehr stark jetzt positiv vorgespannt ist und im Grunde dadurch die Elektronenwolke im Inneren dieses Venelzylinders in diese Richtung zieht. Ja, und natürlich hat diese Anode auch eine Öffnung. Die sehen wir jetzt auch hier als Loch im Bild. Da würde jetzt der scharfe Elektronenstrom im Grunde austreten und seine Flugrichtung dann schließlich in Richtung der Leuchtschicht quasi antreten. Ja, hier sehen wir es nochmal, also diese Anode hier wie so eine Scheibe realisiert, positive Spannung hat gegenüber der Kathode, ein Loch in der Mitte hat, um damit den gebündelten Strahl schön gerade und klar in Richtung des Leuchtschirms zu beschleunigen. Und siehe da, durch Veränderung jetzt der Vorspannung am Venelzylinder kriege ich jetzt hier bei richtiger Einstellung einen richtig schönen, klaren, scharfen Elektronenstrahl hin, der jetzt natürlich hier auf dieser fluoreszierenden Fläche in der Bildröhre erscheint. Uns fehlt jetzt noch ein letzter Entwicklungsschritt. Denn wenn natürlich diese fluoreszierende Leuchtschicht ständig mit negativ geladenen Teilchen beschossen wird, dann gibt es natürlich eine elektrostatische negative Aufladung der Leuchtschicht. Und gleichnamige Polarisierungen, hatten wir ja schon gesagt, stoßen sich ab. Das heißt, unser Elektronenstrom hätte viel weniger Lust, jetzt überhaupt bis zu dieser Leuchtschicht vorzudringen. Also müssen wir diese statische Aufladung, diese negative statische Aufladung, natürlich auch wieder irgendwie neutralisieren. Und dazu hat man schließlich dann die Röhre innen einfach mit einer Graphitflüssigkeit ausgestrichen. Also man hat im Grunde den inneren Glaskörper hier mit Graphit beschichtet, wie hier in dieser Röhre wunderschön zu sehen ist. Und diese Graphitschicht hat natürlich einen elektrischen Anschluss hier oben. Und wenn wir hier natürlich für eine entsprechende Erdung sorgen, dann würde natürlich diese statische Aufladung hier an der Stelle wieder vermieden und wir hätten kein Nachleuchten und vor allen Dingen nicht den Effekt, dass der Elektronenstrahl im Betrieb immer dunkler wird. Und das wollen wir ja nicht, denn wir wollen ja später auf unseren Messinstrumenten, nämlich den Oszilloskop, den wir ja schon gerade gesehen haben, da wollen wir natürlich anständige Bilder haben, die vor allen Dingen dann ohne Nachleuchten daherkommen. Bei diesen ersten braunischen Röhren hatten wir noch ganz schöne Probleme mit der sogenannten Röntgenstrahlung. Denn bei einer Kaltkathode, hatte ich vorhin schon erwähnt, müssen wir natürlich eine ordentlich hohe positive Spannung hier an der Anode anlegen, damit wir überhaupt einen Elektronenstrahl von der Kathode über die Anode auf den Leuchtschirm bringen. Und wenn natürlich durch diese behuhen Beschleunigungen der Leuchtschirm schließlich dann einen Leuchtpunkt hat, dann kommen natürlich diese Elektronen mit einer solchen Wucht auf diesem Leuchtschirm an, dass wir hier tatsächlich nennenswerte Röntgenstrahlung haben. Dem Thema haben wir uns ja beim letzten Mal schon gewidmet gehabt. Ziel war es von der Röhre, möglichst in einer Entfernung von 10 cm vom Bildschirm also entfernt, maximal nur noch 1 µSievert pro Stunde an Röntgenstrahlung zu haben. Und dazu musste man eben diese Anode weiter in Richtung der Kathode nach hinten schieben. Also wenn ich diesen Abstand zwischen Kathode und Anode kleiner mache, dann brauche ich natürlich als Beschleunigungsenergie auch sehr viel weniger Aufwand, also Spannung, um die freien Elektronen in die Richtung zu beschleunigen. Und dementsprechend habe ich hier vorne schon mal eine sehr viel geringere Röntgenstrahlung. Und die zweite Alternative, die hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt, das ist, dass man im Grunde hier vorne auf der Röhre im Grunde ein Bleiglas einführte. Dieses Bleiglas enthält tatsächlich Bleimoleküle. Und über diese Bleimoleküle im Inneren dieses Glases hier auf der Frontseite, dadurch haben wir natürlich auch wieder röntgentechnisch gesehen, eine wunderschöne Abschirmung. Und damit sind wir also in der Lage, diese Forderungen von 1 Mikrosievert pro Stunde in einer Entfernung von 10 cm, nicht nur bei diesem Oszilloskop, sondern auch eben später bei den Fernsehern, dann schließlich zu realisieren. Um aus der Braunschen Röhre jetzt schließlich irgendwann mal ein echtes Fernsehbild zu erzeugen, brauchte es noch gehörig Zeit. Denn das gelang erst 1926, dass man in der Lage war, die ersten Bilder auf eine solche Röhre zu produzieren. Der Ferdinand Braun wollte aber seine braunsche Röhre, die von ihm entwickelt war, vor allen Dingen aber erstmal der Wissenschaft zur Verfügung stellen, um damit eben elektrische oder elektronische Vorgänge im Grunde sichtbar werden zu lassen. Und so endete im Grunde seine Entwicklung erstmal auf diesem Stand, den wir bis hier ja auch erklärt haben. Ich würde vorschlagen, dass wir aus der Bildröhre eine eigene Nummer, eine eigene Sendung nochmal machen, nämlich die Folge 22. Und in dieser Zeit, bis 1926, wurden dann diese sogenannten Braunschen Röhren immer feiner, immer schöner, auch kleiner, wie in diesem Beispiel hier wunderschön zu sehen. Und es gab schon da einiges an Varianten, die dann schließlich zu ordentlichen darstellbaren Funktionen auf dem Bildschirm verwendet werden konnten. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, wünsche euch mal wieder eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ade!